Das aussieht nix wahr. Das war nur einmal. Ja, kein Problem. Mache sicher, die Gute, okay? Ja, ich weiß, was das ist. Entstanden? Okay, sehen Sie da. Also? Wir haben die Räume. Hast du diese Person? Ja. Hör auf, Vincent. Es ist nicht gut für dein Herz. Mein Herz ist einfach gut. Ich will nur wissen, was wir mit tun haben. Relax, Mr. Paranoid. Ich vertraue ihr, okay? Besonders, sie verdient mir einen. Jetzt gehen wir die Räume. Wenn du so sagst. Du musst mehr relaxieren, okay? Ja, ja. Was sind wir denn? Ich würde eher sehen, wie das aussieht wie Texas. Die Gegend. Nevada irgendwie so könnte auch alles sein, ja. Wie ist das? Ich bin denn aus. Wie ist der Kimmel? Der ist mit mir. Don't worry, er ist mit mir. Oh, er ist mit dir. Ja. Ich bin Vincent. Oh, hello Vincent. Wie schön Sie von sich zu finden. Ich liebe dich. Du bist ein verdammt Idiot. Was? Warum bringst du deine ganze Familie nächste Mal? Ich bin weg. Hey, was ist mit dir? Was ist mit mir? Was ist mit dir? Du denkst, dass ich hier ein Eis-Cream vende? Listen, ich habe dir gesagt, ich mache nichts mit anderen. Und dieser Mann, er sieht wie ein von mir. Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich habe ein Problem mit dir. Hast du ein Problem mit mir? Hm. Leo kennt sie, oder? Mach mal Lesbik. Ja. Wer ist der Mann? Woh, 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 relax. Put die Gung runter. Jasmin, put die Gung runter. Komm. Ich habe dir gesagt, er ist mit mir. Let's just do this fast and easy. Besides, you owe me one. Remember? Okay. But it's the last time. And then we're even. Here. This should be more than enough. Hurry up. Jasmin, what have you been up to lately? Oh, you know. What about you? Did they just let you out of prison? Ah, the M14. Pack's quite a punch from all ranges. What do you think, Jasmin? You busted out. Of course I did. Good for you then. Thank you. There was no one. There was no one. There was no one. There's no one. Try to shoot this ball. Hey. Try to shoot this ball. What do you do? With the sniper? I ain't got all day. Just pick a gun. I'll get it next time. Hm? I'll get it next time. Deswegen, yeah. Can you even try it? No. No. Meist du denn hin? Ich glaube, wir können das auch nicht steuern. Das macht der... Really? I'll get it next time. Na komm. Das ist nützend. Hm. What are you waiting for? Just pick a gun. I bet you 20 bucks. I'm a better shot than you. Sure. It's your loss. I'll get it next time. 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 Would you please hurry up? I'll get it next time. Yeah. It's so ungewöhnlich, dass das Bild jetzt so geteilt ist. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mit meiner Frau Hilo spiele, bin ich immer unten. Deswegen schaue ich immer auf die untere Hälfte vom Pitch. Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Wie wär's mit der... Was ist das? M8? M16. First fire assault rifle. The boys in Nam use these. Hm? Das wird aktiviert. Ach, hier so ein Fließband mit... Flaschen drauf. Mhm. Wo denn? Ich zieh kein Fließband mit Flaschen drauf. Ach, da. Nein. ich glaube das ist ein m16 du bist ja eher der schaufeltyp oder der schaufeltyp ich glaube das ist so was nennt man fridley feuer ich habe nicht ich überlege immer noch nämlich behalte ich erst die m16 oder nehme ich das unser gewehr ich hoffe ja nicht dass ich auf kurze distanz wobei ich glaube ich nicht ich kann mich nicht entscheiden also die m5 ist schon so eigentlich ganz okay sogar die bude zappern dahinten ich denke ich behalte die kleine knarre hier ja ich denke ich behalte ich glaube wir haben es was du reich was freilich ganz große things the shooter genug gespielt ich frag mich ja wenn man so viel ziel test ballern kann kommt da jetzt auch noch ein richtiges feuergefecht hier nicht jetzt halt nicht vielleicht in mexiko aber nicht hier wieso traue ich der troller nicht seine waffen die darin das ist aber ja ich kenne nein falsch wenn man sich angekennt dann vertraut man doch einen da reden die macht für mich nicht die vertrauen die vertraut uns nicht die ruft das bestimmt wenn sie dann ähnlich wird sein tügel wie erst der harvey hey it's me i got some information about leo okay you know where is i just met him give me his location sure don't worry about that just tell me where he is got it good job talk to you later he's the host system harvey harvey what's up i found him good make sure we put a best guy on this i want he got it you got it yes boss ich wusste es dass das eine verdreht verräter kuh ist mein name ist carol moretti Ich bin tot. Und ich denke, ich gehe in die Arbeit. Und ich bin allein. Bitte sendet ein Ambulanz. Hey, kannst du bei dem Telefonplatz da drüben? Sicher, du kannst uns ein Flugzeug holen? Ich hoffe so. Ja, ich auch. Ich will nicht nach Mexiko gehen. Du hast doch ein Auto. Du brauchst nicht laufen. Ich glaube, über die Grenze fahren ist ein bisschen schwierig. Wieso? Die Grenze? Die offizielle, ja, aber es dürfte ein Ambulanz. Genug Dings gewesen sein. Lücken. Ich habe noch keine Veränderung für die Telefon. Aber ich sah dich mit ihr mit ihr. Ich habe das gemacht. Schade, Mann. Schade, wir sprechen hier. Ja, ich schade. Hallo, kann ich mit dir helfen? Ja, ich brauche ein paar Veränderungen für eine Telefonkarte. Okay, okay, okay. Sorry, but you have to buy something first. Fine, all right, I'm sorry. All right, what do you recommend? I'm really, really starving. Are you? Ah, I have some top-notch girly magazines. I'll pass. Hm. Give me some cigarettes. Filtered. Sure. Here you go. You're welcome. Thanks. Hey, wo ist mein Exengeld? Geklaut. Ist ja der Altie geschlagen? Ich will nicht mehr mit dir sein. Komm mal, sag uns, sie macht einen großen Fehler, mit mir zu verbrechen. Macht sie denn eine Führung? Ist sie? Sie macht einen großen Fehler? Ja, natürlich ist sie. Nein, du lebst mit meinem besten Freund. Oh, ist das wahr? Ja, aber es war lange vor. Es war schade. Ich meine, sie war frisch. Sorry, du warst auf deinem eigenen. Oh, vielen Dank. Du rauchst doch gar nicht. Hey, was hast du für ein Pack von Smokes hier? Same wie überall. Es ist 36 Cents. Du rauchst doch gar nicht. 36 Cents für ein lousy Pack von Smokes? Are you serious? Ja. Der Preis hat 36 Cents für die letzten 2 Jahre. Where have you been? Es ist eine schöne Nacht, oder? Es ist sicher nicht. Das ist nicht, was es aussieht. Nein, natürlich nicht. Ah, ich bin gut. 36 Cent pro Woche. Äh, 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 äh. Have a good night. Thanks. Jesus, man, you're a mess. Die Alte versucht darauf einzubrechen. Die Frau da hinten bei der Dings ansprechen, die da mit der Brechstange an der Tür rum hantiert. Die Frau da hinten bei der Dings ansprechen. Vielen Dank. Okay. Great. What? When? Where is she? Wir haben gerade erfahren, dass wir Vater geworden sind. Sehr träumig. Sehr träumig. Hey. Did you get this plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there. All right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. I can't talk about it. I can't understand. Okay. Fine. It's my wife. She's... Oh shit! We're gonna get out of here! Ha! 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 Shit! The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Come on! Yeah! We're going! We're going! We're going! We're going! I'm going over or down? I'm going over. Quick! Come here! Leo! Help me barricade this door! Come on! No, I'm going over. This should buy us some time. We've got to get out of here. Yeah. Look up there! Come on! Yeah? I see it! Vincent! Get up there and I'll push this across! Hm! That's so nice! Sorry. Ich dachte, ich kann rüberspringen. Ich hab' da aus wie ein Idiot. Du schießt gegen die Eisentür. Ich hab' nur Bräule gekriegt. Ich kann einfach nicht warten, bis er durch die Tür ist und dann einfach einen rüberziehen. Ja, ich würde es ja auch so machen. Aber ich spiele dann nach anderen Sachen. Was ist jetzt los? Ich kann... Du musst auch irgendwie hochkommen. Ach, wahrscheinlich hier muss ich mir hochhelfen. Boah, jetzt hat er dann unter eine Axt. Ja, du musst mir hochhelfen. Geh über hier! Ich helfe dir! Ja, ich sehe nichts. Wie soll ich dir denn helfen? Denn es hat hier X. Nein! Shit! du hast die 100 magazine dabei ist wieder jetzt musst du laufen das plattform steuern hier es ist überhaupt nicht gewohnt wenn ich in einem spiegel mit blitzkrieg oben bin ja leo leo Ja, das ist doch so lecker. Warum hat er sich nicht einfach die Knarre genommen und ihn erschossen? Nichts. 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 Aber wir müssen uns zu Ende. Wir müssen uns zu Ende. Harvey wird immer wieder nachdenken. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Du? Dann warum du mal wieder wegst? Ja. Wir haben nur ein Baby. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch. Das ist großartig. Ich weiß. Ich weiß. Das ist großartig. Ich weiß. 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 Ja. Aber wenn wir jetzt den Harvey Typen umlegen. Oder falls wir ihn umlegen. Haben wir doch immer noch das Problem, dass wir damit nicht unsere Unschuld beweisen. Sondern einfach nur, dass er tot ist. Ja. So eine gute Idee ist, im Krankenhaus zu sein. Von woher zu gehen. Wir werden ja übergesucht. Ja. Davon ist die Reception, oder? So. I found the maternity ward. We need to take the elevator. Dann nehmen wir den elevator, bevor ich jetzt frage und sie auffall. Ich weiß. Das ist so confusing. Ich weiß. Ich weiß. Sie sind ziemlich straightforward. Oh, hey. Are you my doctor? Hm. Sorry. Ich bin nicht. Do you know what you're looking for? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, warum du hier bist? Nicht wirklich. Du? Was? Was? Du solltest mit jemanden, die dir helfen kann. Okay? Und shall I? Ja, ist klar. Ich würde sagen, da muss dir eine Neurologie. Wir sollten da nicht fragen. Ja, genau. Das ist ein guter Plan. Nimm das weg. Jetzt will ich Zeit um entsorgen. Altpapier. Was denkst du? Das ist ein Plan, wenn ich die anspreche? Ne, oder? Wir wissen ja, wo das ist, ne? Ja, deswegen. ja kein spiel spielen auch die spiel ist hier nicht zu viel ernsthaft starin gott so lange ich das nicht ich habe ja wieso keine strategie ganz ehrlich da gibt es gemeine tricks das weiß ich das hat den stein fallen ich bin jetzt nicht nötig weiß ich weiß wo du reinwollt ist ich war jetzt nicht so das haben alle haben das noch mal alle mal ich bin ich nicht fair hat so vorher schon gewonnen okay reich mit dem quark hier los jetzt abbrechen gemacht wenn das nicht erst mal meine google platt latsche und fast man hört man hört rill bern schau den boot über stoppen bei der bewegung insurence money of course fuck you you better chill up before i make you feel some real pain your arms not broken was you serious can't you see I can hardly move it I can see you moving it which means it isn't you should listen to your wife your arm isn't broken what do you know about it you're a doctor or something doesn't take a doctor to see that just some common sense thank you do believe me now just because he says it no way I'm seeing a doctor my arm is definitely broken oh my seeing double or are you two twins I'm sick man I know I don't look sick but I am I really am and why are you telling me this because nobody believes me always talk like this all the time how come I don't know they think I'm making things up well are you of course not don't you see them all pale actually you look pretty healthy to me you are way too old to drive no 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 trust me I'm fine let me guess car accident yes it's the third time in six weeks she says I'm too old to drive irgendwie zittern richter how old are you sir if you don't mind me asking oh no not at all I'm 81 81 you're 89 he's 89 I could have sworn I was 81 89 oh my god 89 maybe I am too old to drive maybe you are maybe you are mom I don't like you here it scares me your first time in hospital yes what's your problem I didn't even come close to touching you yeah but you could have I don't want to hurt like hell let's go so what happened to you I broke my rib at work but you get a nice insurance claim out of that hey what are you saying you hurt me you look like you've been through hell and back we were in a car accident just curious what caused the car crash she says I fell asleep at the wheel he did you did he did are you sure you should be driving old man I want to go home excellent huh he's with the car as soon as the doctors had a look at you but I'm fine right mister nothing to worry about you have your mother here to back you up yeah but I'm scared of doctors don't be they just want to help you they'll probably give you a toy will they am I gonna get a toy I'm sure they will right yes of course they will honey yeah I think my arm is broken no it's not why can't you be more understanding I'm trying no you're not you're complaining what I'm not always sick you're more sick than I am that's because I have the bad jeans we're twins we have the same jeans right mister I have no clue your doctor probably knows better you see what does that what he just said that he doesn't know I wish I could right you're right I don't know anything about jeans stay away from me I'm contagious you are yeah I don't know what it is yet but you should definitely stay away from me what's wrong with you I'm sick and it's for real this time what do you mean it wasn't real last time no 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 I was lucky last time but this time it's definitely a real disease and I really need to see a doctor or therapist man he can't help he can help let's go to the left the right side I'd say yeah because the other 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 the the aufzug ich drücke auf alle knöpfe jemand so macht aber so quer runter drücken aber dann drückt man alle knöpfe